Aus der Analyse von über einer Million LinkedIn-Beiträgen und Interaktionen ein paar Tipps, wie du mit den Veränderungen auf LinkedIn umgehen kannst, um gleich viel oder mehr Reichweite zu haben in 2024. Und zwar hat Richard van der Blom zum fünften Mal seine Studie veröffentlicht mit Insights und hier 16 Top-Insights zusammengetragen. Da gehen wir zusammen schnell durch und ich will das nicht nur herunterleiern. Ich peppe den Link irgendwo hin, du findest das, aber auch bei ihm. Aber auch meine Gedanken dazu geben und ein paar Dinge überspringen. Der Newsfeed in LinkedIn hat sich stark verändert im letzten Jahr 2023. Das führt dazu, dass normaler LinkedIn-Er halb so viel Reichweite haben wie vorher. Unternehmensseiten haben ganz wenig Reichweite im ganzen Kuchen. Wenn du eine Unternehmensseite hast, bedenke dabei, Menschen, du und ich, wir sind dazu gemacht, mit Menschen zu interagieren, mit Gesichtern und nicht mit Logos. Das waren die Algorithmusänderungen. Da gehen wir schnell drüber. Da, wie du bestimmst, was du siehst in deinem Newsfeed, hilft dir natürlich dann auch zu verstehen, was passiert, wenn du willst, dass deine Beiträge bei anderen auftauchen. Darum schauen wir diese fünf Punkte schnell an. Das heisst, zum Beispiel, wenn du neue Kontakte hinzufügst, dann siehst du für die nächsten paar Tage viele Beiträge von denen. Dann, zweiter Punkt, wenn du kommentierst irgendwo bei einer Person, dann siehst du auch eher mehr von dieser Person. Das ist ein Signal an den Algorithmus. Hey, das fand ich interessant. Also zeig mir mehr. Der Algorithmus hat ja zum grossen Ziel, dass du gerne siehst, was du siehst auf LinkedIn. Das musst du immer im Hinterkopf haben. Und es will natürlich, dass du dadurch dann auch mehr Zeit auf LinkedIn verbringst und sie mehr Anzeigen zeigen können, schlussendlich. Drei, das wissen wir schon von anderen Plattformen wie Facebook zum Beispiel, es wird auch gemessen, wo das du anhältst beim Durchscrollen. Auch wenn du nicht interagierst mit deinem Beitrag, wenn du nur diesen Beitrag lange genug anschaust, dann ist das auch wieder ein Zeichen für LinkedIn. Hey, das war etwas, das Sam jetzt interessant fand. Direct Message ist dasselbe. Dann sehr wichtig, vielleicht unterschätzt manchmal, der Save-It-Button. Wenn du etwas speicherst, zum Beispiel wenn es eine Anleitung ist, das du später umsetzen willst, dann ist das ein starkes Signal für LinkedIn, dass dieser Beitrag interessant ist, vielleicht eben auch für andere. Dazu später ein bisschen mehr. Uns geht es ja immer darum, dass wir verstehen, wie tickt die Plattform, was will ein Algorithmus überhaupt? Und auf der anderen Seite nicht zu vergessen, schlussendlich geht es um gute Inhalte, die Menschen nützlich finden, relevant finden und vielleicht sogar teilwürdig finden. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwie versuchen, den Algorithmus auszutricksen. Die Basis für alles sind gute, interessante, relevante, hilfreiche Inhalte. Und manchmal, muss ich sagen, gerade wenn Unternehmen posten, ist es mehr ein bisschen, hey, wir haben das, wir haben das, nicht wirklich das, was die Person überhaupt selber lesen wollen würde, die das gepostet hat. Er schlägt vor, verschiedene LinkedIn-Formate zu mischen. Und zwar geht hervor, dass man wirklich nicht einfach nur immer Karussell-Posts posten sollte, sondern vielleicht mal ein Video, vielleicht Text und Bild, vielleicht einen LinkedIn-Artikel, also diese Blogartikel direkt auf LinkedIn. In den letzten paar Wochen kam heraus, dass reine Textbeiträge manchmal super gut laufen. Wahrscheinlich ist es die Mischung. und bei allen Posts, jetzt auf der rechten Seite, sagt er, interagieren auf der Plattform um die Zeit, wo der Post online geht, hilft zusätzlich. Jetzt bei diesem Punkt muss ich sagen, ja, Statistiken, hin oder her. Es gibt viele, die sagen, hey, kommentiere einfach 15 Minuten vor deinem Post und 15 Minuten nach deinem Post, damit du irgendwo bei mehr Newsfeeds auftauchst und das zu mehr Interaktion auf deinem Post führen kann, in den wichtigsten ersten 60 Minuten und die Reichweite über Tage hinweg boostern kann. Es kann stimmen, allerdings muss der Algorithmus in diese Richtung sich weiterentwickeln und irgendwann solche Muster abstrafen. Wenn du ganz ehrlich bist, das Gefühl hast, ich suche jetzt einfach nur Posts und zu kommentieren, damit ich diese Regel einhalten kann, dann zurück zu starten. Da würde ich ein Reset machen und einfach mal eine Weile LinkedIn sowie als Spass nutzen. Mehr aus der aus dem Mindset heraus, hey, wenn ich bei jemandem kommentiere, dann will ich etwas dazu zu sagen haben und ich weiss, mein Kommentar ist vor allem ein Geben. Vor allem nützt es dem, der diesen Post gemacht hat und nicht so sehr darauf achten, dass es dir vielleicht auch noch für deinen Post irgendwie auf magische Weise etwas hilft und was dann passiert ist, du bist plötzlich frei, das nicht jetzt 15 Minuten vorher oder nachher zu tun, sondern ganz generell einfach normal Mensch sein auf der Plattform macht dir mehr Spass, passt auch dir besser in deine Woche rein, weil es nicht so fix fix dann sein muss, wenn du veröffentlichst. Aus dem Ganzen heraus geht für mich heraus, auch aus meiner Erfahrung, morgens posten von Montag bis Donnerstag. Ping. Ich habe einiges versucht mit genau dann posten, wenn man eigentlich nicht postet, abends posten, Wochenende posten und so weiter. Ich versuche ein eigenes Gespür aufzubauen und das empfehle ich dir auch, bricht diese Regeln, aber ich habe auch oft erlebt, dass es halt wirklich darauf ankommt, was in der ersten Stunde passiert, wenn du etwas veröffentlichst. Das entscheidet, wie gut läuft der Post für die nächsten paar Stunden und was in den ersten sechs Stunden passiert auf deinem Post, bestimmt, ob es nachher auch noch Sichtbarkeit hat. Auf dieser Infografik hat es viele Infos zu wie lange muss ein Video sein, idealerweise. Erinnere dich dran, das geht immer aus der Analyse von Millionen von Posts hervor und ist nicht jetzt eins zu eins dann der Durchschnitt zu nehmen und anzuwenden für dein Video. Es gibt dir einen Anhaltspunkt, in welche Richtung geht es. Ja, ein Videopost sollte wahrscheinlich nicht 15 Minuten lang sein, sondern zwischen eins und zwei Minuten, das passt in der Regel am besten. Daraus können wir Infos ziehen zum Planen, aber jetzt nicht genau ein Minuten zwanzig, also das per Fond am besten. Vielleicht braucht es halt noch sieben Sekunden mehr oder vielleicht kannst du es noch auf vierzig Sekunden kürzen und gut ist. Dann gibt es immer wieder die Frage externe Links und in diesem Slide sagt er hey, direkte Links weg führen zu massiv eingeschränkter Reichweite und das gilt für jedes Social Network auch weil die Menschen darauf jetzt nicht wegklicken wollen. Es ist nicht nur immer der Algorithmus, es geht ja auch darum, dass ich jetzt Zeit in der LinkedIn-App habe und in dieser Zeit will ich Inspiration sehen zu businessrelevanten Themen, die mich interessieren in der LinkedIn-App. Zum Beispiel funktionieren für mich deshalb die Dokumente, die PDFs, also Slideshows super gut, habe ich super gerne und so viele von denen haben nützliche Inhalte drin, Anleitungen, Tipps und Tricks und da speichere ich sie für später und das triggert dann auch wieder den Algorithmus diesen Creator mehr zu pushen. Dann gab es den Trick, ja, dann mach den Post ohne Link und dann im ersten Kommentar den Link rein, das straft LinkedIn mittlerweile ab seit Herbst 2023. Wahrscheinlich müssen wir uns überlegen, balancieren Reichweite und Link-Klicks oder halt vielleicht kreativer sein und Wege finden, wie wir ohne Links auskommen. Es gab auch von jemand anderem noch als Bonus jetzt die Erkenntnis in den letzten paar Wochen, dass zum Teil jetzt Link-Posts recht gut funktionieren, wenn man die Link-Vorschau, also du machst deinen LinkedIn-Post, machst den Link rein, dann gibt es diese Vorschau, das kannst du wegklicken und dann ein normales Bild, das dann halt nicht klickbar ist, als externer Link reinpeppen kannst für das Visuelle und solche Posts werden weniger abgestraft, scheinbar solltest du für dich selbst testen. Wir hören immer wieder, Regelmässigkeit ist King oder Queen oder was auch immer. Interessant hier ist der Punkt 2, 24-Stunden-Regel. Das hat er irgendwie herausanalysiert aus all diesen Posts und gemerkt, dass LinkedIn ein Budget hat für Aufmerksamkeit für dich. Und wenn du jetzt innerhalb von 24 Stunden mehrmals postest, dann splittet LinkedIn dein Aufmerksamkeitsbudget auf diese verschiedenen Posts auf. Schlussendlich hast du also nicht mehr Reichweite erhalten, sondern LinkedIn verteilt das einfach. Das heisst, du hättest besser 24 Stunden gewartet mit dem zweiten Post um wieder frisch Aufmerksamkeit erhalten zu können. Könnte ja sein, dass der zweite Post eigentlich sehr gut war inhaltlich, aber weil LinkedIn dir schon genug Reichweite gegeben hat an dem Tag, nicht genug Leute das sehen konnten, dass genug Engagement passieren konnte, für nachhaltig sichtbar zu werden. Es befreit dich von diesem Stress, dreimal am Tag posten zu wollen oder müssen. Auch wenn du repostest als Repost mit eigenen Gedanken, dann gilt das auch als eigener Beitrag, das heisst, mit dem musst du auch ein bisschen aufpassen. Wenn du einen Beitrag veröffentlicht hast, dann vielleicht nicht sieben Reposts machen in der gleichen Zeit. Taggen, du kannst andere Personen taggen in deinen Posts und Quintessenz ist hier einfach lass es bleiben, wenn es nicht wirklich super passt. Auch Live Audio Events auf LinkedIn, da gehe ich mangels Erfahrung dazu nicht darauf ein. Es gilt ein Grundprinzip wie bei allen Plattformen. Wenn sie eine relativ neue Funktion entwickelt haben, da haben sie viele Stunden darin investiert, das zu entwickeln und dann wollen sie meistens, dass die Leute sehen, dass es diese neue Funktion gibt, die die Plattform vielleicht abhebt von anderen Plattformen und dann ist es meist so und bei LinkedIn eben auch, dass sie den Algorithmus für eine Weile so tunen, dass solche richtig sichtbar sind. Zum Beispiel als LinkedIn Videos erstmals möglich machte, dann wurden Videos so richtig gepusht. Dasselbe scheint im Moment für Audio-Events zu funktionieren, also gerne testen. Generell also neue Funktionen sofort testen, bevor jemand Bücher darüber schreibt, bevor du riesige Anleitungen dazu findest, weil genau dein Fenster ist es, die sofort zu testen, bevor alle das tun. Die kleine Tabelle soll ein bisschen aufzeigen, wie viel Wert ist welche Interaktion, und zwar grün für die Person, die den Post gemacht hat, und orange für die Person, die gerade interagiert. Das heisst jetzt zum Beispiel, ein Like ist sehr simpel und schnell gemacht. Das bringt dem Post nicht sehr viel. Also wenn du deinen Freund unterstützen willst in LinkedIn, Like ist das Wenigste, das du tun kannst, und es bringt auch dir nicht sehr viel Kommentare. Kommentare helfen deinem Freund am meisten, und zwar nicht nur well said bro, sondern wirklich tiefe Kommentare, die eine Meinung dazu schreiben, die ergänzend sind, die in sich einen Inhalt haben, einen Wert haben. Und das bringt deinem Freund mit seinem Post etwas, das bringt auch deiner Sichtbarkeit etwas, wenn das dein Ziel ist. Dann Repost instantly, wenn du den Beitrag teilst, direkt teilst, dann ist das auch viel wert, interessanterweise weniger als ein Kommentar. Sehr interessant, Reposts with thoughts, also wenn du teilst und dann klickst auf eigene Gedanken dazu schreiben, dann hat das fast so wenig Wert wie ein Like, das finde ich jetzt erstaunlich. Und Save. Der Save Button, das wird wahrscheinlich vor allem dann verwendet, wenn der Inhalt wirklich Mehrwert bietet, also zum Beispiel Anleitungen, wie man etwas umsetzt, das man jetzt nicht sofort tun kann, aber in der Zukunft unbedingt will. Oder vielleicht ein Rezept, wenn Leute das auf LinkedIn teilen. Etwas, das man speichern will für später, wenn man das schafft, solche Inhalte zu produzieren, dann dass die Leute das wirklich bookmarken, dann bringt das erstaunlich viel. Und See More, wenn jemand in deinem Text klickt auf Mehr Anzeigen, ist das ein Signal für LinkedIn, wow, da wollte jemand wirklich mehr wissen dazu, also positives, erstaunlich positives Signal, das scheinbar jetzt aus dieser Analyse mehr wirkt als Repost with Thoughts, ich weiss nicht genau wie die das messen, wir nehmen das immer mit ein bisschen Salz, aber schon interessant zu sehen. Kann natürlich für uns dann die Wichtigkeit aufzeigen von erstens mal der ersten Zeile eines LinkedIn Posts, der Hook, das ist die wichtigste Zeile überhaupt, das muss Interesse wecken und dann vielleicht eine Leerzeile und dann der Rest vom Text und man sieht ja dann nur den Anfang und muss dann auf mehr Anzeigen klicken. Unbedingt relevant ist dann auch wie die dritte Zeile da, also die letzte sichtbare Zeile, bevor man mehr Anzeigen klickt, wie die formuliert ist. Sieht das den Klick, ja, sind sicher Dinge, die so wichtig sind wie ein Subject Line in einer E-Mail oder ein YouTube Thumbnail. Das sind so die Entscheidungspunkte, wo jemand entscheidet, interessiert mich das weiter und wenn jemand klickt, dann ist es für den Algorithmus dieses positive Signal. Hier zeigt er fünf Top-Themen, die Trends sind inhaltlich auf LinkedIn und wenn man die anzapfen kann, dann kann das zu höherer Reichweite führen. Achtung, das muss unbedingt passend zu deinen Wunschkunden oder zu deiner Gruppe von Leuten, die du ansprechen willst. Jetzt zum Beispiel bei mir Jobseeker Advice Punkt eins Career Development das ist nicht so mein Thema AI Chat GPT schon eher Work-Life Balance vielleicht mit Selbstständigkeit Teilselbstständigkeit könnte ich in Verbindung bringen Sustainability finde ich interessant ist aber nicht relevant für mein Business im Moment vielleicht sollte es werden und Mental Well Being würde ich jetzt nicht einfach anzapfen um das anzuzapfen das Thema ist ein bisschen heikel also immer mit wachem Hirn an diese Dinge rangehen es geht hier um eine Analyse aus Posts und aus der Plattform und wir müssen das umformatieren dass es passt in unser Themengebiet in unser Business wie wir LinkedIn nutzen es kann uns informieren kann uns inspirieren aber es soll uns nicht diktieren Unternehmensseiten das ist wirklich das was ich nicht so begeistert bin davon Menschen wollen Menschen sehen also wenn du eine Unternehmensseite hast dann versuch auch Mitarbeitende im Unternehmen aufzubauen echte Menschen da die Energie zu investieren macht meiner Meinung nach mehr Sinn es wurde auch gemessen dass wenn Mitarbeitende des Unternehmens selbst kommentieren und interagieren auf Posts des Unternehmens dass das viel weniger zählt als wenn Aussenstehende damit interagieren da gehen wir direkt weiter das waren jetzt also einige dieser Punkte plus Zusatzgedanken dazu mich interessiert welche Veränderungen hast du festgestellt was hat bei dir gut funktioniert oder überhaupt nicht funktioniert welche Fehler hast du vielleicht gemacht mit LinkedIn oder was merkst du fühlt sich einfach unnatürlich an im heutigen LinkedIn bei deinen eigenen Beiträgen oder bei anderen mich interessiert deine Sicht unten in den Kommentaren Siehe Sün